zack bumm da sind wir wieder mit einem neuen teil let's retro megaman 3 wie ihr seht sind die robot master nahezu alle besiegt es fehlt nur noch der nadelmann middleman bevor es zu dr willi geht der alte willi was ja 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 gott Geilo, gleich Toti. Dreck, game over. Nein, nein, nicht die, diese Libellen. Die sind einfach nur schmutzig und hinterhältig. So. So. Wie? Das ist ja hinterhältig. Nein! Rutsch doch weiter, du Idiot. Ja, ja. Ah. Herrgott. Klingt ja gut an. Einfach drauf ballern. Weg da. Weg. Ich will hier durch. Ups. Uah. Haben will. Oh nein, jetzt kommt mir diese Nadelkacke. What? Huh. What? Huh. What? Oh god. ja genau das jetzt wert war wo ich zwei energietanz und nutze ich die eigentliche ob den nutze ich jetzt meine scheiß drauf ich habe genug obwohl ja ein bisschen geht noch vielleicht habe ich glück und es tropft was ach du scheiße ach mensch vom teufel spricht naja aber immer in einmal da spare ich energie teorten ein ja genau hat ich die hälfte bitte ich hatte die hälfte oder jetzt komme ich da auch wieder so leichtfüßig durch ich verstehe es nicht ich bin ich einfach zu zackhaft ich glaube ich bin einfach zu wenig haut drauf für dieses spiel tut 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 ich glaube ich renne da jetzt auch einfach gleich durch ja komm scheiß drauf ich darf da jetzt durch da war der endboss wenn ich durfte middleman so was habe ich bekommen eigentlich gemini laser mal schöne farben das ist jetzt mal besser eine safe state gott ist ja ich kenne mich ja lül äh 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 hä ok wir sehen uns wieder zum nächsten teil von let's retro megaman 3 damit in yd stages stages this stages whatever bis dann tschü tschü